Wir haben uns ja gestern das Militante Veganerin Video angeguckt, wo die sich irgendwie in einem Burgercafé darüber unterhalten haben, was los ist. Es gibt ein zweites Video, das aus unerklärlichen Gründen zwei Stunden später hochgeladen wurde. Und dieses Video heißt, die Veganerin bricht ab. Aber jetzt muss man noch kurz mal was aufarbeiten. Das Video, um das es hier geht, hat sowohl Leon Machère hochgeladen, als auch die Militante Veganerin. Der Unterschied ist, das Leon Machère Video ist 52 Minuten 32 und das Militante Veganerin Video ist eine Stunde und 32. Das heißt, insgesamt eine halbe Stunde wurde rausgeschnitten. Hm, klingt so ein bisschen wie der Directors Cut. Ich glaube, ich gucke das Leon Video, weil das ist kürzer. Fehlt zu viel Kontext? Ist das so? Es geht zum Schluss nur noch um Insekten. Hier geht es ja jetzt einfach nur um die Tatsache, ob ich mir anderthalb Stunden von dem dummen Scheiß reinziehe oder 52 Minuten von dem dummen Scheiß reinziehe. Okay, wir gucken das ungeschnittene Video. Ich habe mir heute eh nichts vorgenommen, heute gibt es kein GTA. Ja, wir gucken das ungeschnittene Video und werden dann halt einfach und gehen dann halt einfach Bruch. Also ich glaube, wir gucken das ungeschnittene Video und ich versuche einfach, oh, ich versuche einfach meinen Verstand nicht zu verlieren. Okay, alles klar. Ich werde es aber auf einer schnellen Geschwindigkeit spielen. Das heißt, wir werden auf einer höheren Geschwindigkeit abspielen. Die apokalyptischen Reiter sind wieder da. So, Geschwindigkeit. Machen wir 1, 2, 5 und versuchen mal ein bisschen am Ball zu bleiben. Jo, was geht ab, Leute? Leo Marché, ihr wisst Bescheid, heute ein ganz besonderes Video. Digga, heute gibt es eine fette... Ist das unangenehm. Stell mal vor, ich würde hier sitzen, so ist Chat, der Stream geht gleich los. Ich muss mich gleich einreden. Warte, Chat. So, warte, warte. Ist der Sound an? Ist der Sound an? Ist der Sound an? Okay. Jo, meine Freunde, hört sich herzlich willkommen zu diesem Stream. Was? Ihr wisst Bescheid. Digga, was? Diskussion, ihr kennt bestimmt alle die liebe militante Veganerin. Hallo. Die ist heute auch mit am Start. Und der Main-Charakter. Der Main-Charakter ist am Start. Der darf natürlich nicht fehlen. Was ist hier heute los? Was ist das für ein Triple-Duo hier? Einfach Power Rangers Ninja Force Go. Was ist los? Also, ich denke mir, ich komme hier an nach Frankfurt, sehe dich. Denkt, es geht hier übel her direkt. Prügelei. Noch nichts, noch nicht passiert. Okay, weil ich kenne dich immer von deinen Videos so halt, immer Action, penetrant und so weiter, ne? Penetrant, aber mit guten Argumenten, ne? Werden wir das heute erleben? Ja, aber ohne Prügelei, glaube ich. Das ist, glaube ich, das ist gut. Ja, wir sind auch ganz lockere Hasen, ne? Uns kennt man ja immer. Obwohl, du bist manchmal auch Bild unterwegs, aber eher so lustig, ne? Ja, ja, eher auf lustig. Ja. Okay, ja, ich weiß nicht. Also, ich und Red, wir haben uns schon etwas vorbereitet. Ach, ehrlich? Bist du in der Sache gewachsen? Also, kannst du es wirklich mit jedem aufnehmen? Ja, mit jedem. Also, würdest du sagen, egal wer... Ja, sogar mit Adolf Hitler. Ich würde auch Adolf Hitler debattieren. Und du würdest ihn zerfetzen auf der Doktor-Professor, den achten Titel, was auch immer? Ja, zerfetzen ist immer so eine Sache, wenn... Ja, du übertreibst mich. Nicht zerfetzen, du weißt auch meine Redensweise, oder? Oh Gott, jetzt wird das unangenehm. Oh, ich hab schon... Oh, ich merk's schon, wirklich. Das ist so ein Slam. Also, mir ist egal, wer da vorne steht. Also, mir ist egal, ich hab schon mit Doktoren der Tierverhaltensforschung diskutiert, die nicht vegan waren. Okay, krass. Aber auch mit YouTubern wie beispielsweise Charo. Aber das Interessante ist einfach nur, selbst wenn du sie zerfetzt, manche kriegen dann nicht mal mit, dass sie zerfetzt wurden. Ja, brav. Das ist so dieses Zerstörungsvideo, oder was? Wovon reden wir hier? Sie kriegen das nicht mit. Oh, oh. Das win. Oh, Digga. Mmh. Oh, mmh. Und deswegen kann ich nicht sagen, ob ich sie zerfetzt hab. Weil zerfetzt ist erst jemand, der sich eigentlich zerfetzt fühlt. Aber mein Ziel ist nicht, dass ihr euch nachher einfach nur so fühlt. Nee, sowieso. Sondern, dass ihr halt sagt, okay, das sind starke Argumente. Eigentlich soll ich meine Handlung danach anpassen. Ja, ja. Also, heute muss man schon mal sagen, das ist halt ein heikliches. Thema, Red. Wir beide müssen auch schon wirklich versuchen, ehrlich zu sein. Bruder, bei solchen Ernsten bin ich eigentlich immer ehrlich. Sicher. Ich hab manchmal meinen Humor, aber gewisse Grenzen hab ich. Okay. Ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hab eine Sache gesehen. Auf deinem Instagram-Profil. Kannst du die Leute da draußen mal erklären, Spezizismus oder heißt das Speziesismus? Spezies. Das Wort kennst du ja, die Tierspezies. Ja. Ist muss. Also Speziesismus. Genau, das ist das gleiche, kommt vom gleichen Wortstamm wie Rassismus, Sexismus. Und es geht darum, dass wir die Tiere diskriminieren. So wie wir in anderen Diskriminierungsformen beispielsweise Menschen anderer Hautfarben oder anderer Kulturen damals als Objekte benutzt haben, wo immer noch teilweise, wo Rassisten so Sachen gesagt haben oder immer noch sagen wie, das sind ja nur Schwarze, die dürfen wir als Objekte benutzen. Okay. Wo Sexisten sagen, das sind ja nur Frauen, die dürfen wir als Objekte benutzen. Okay. Oder jetzt eben Speziesisten, also alle Menschen, die aktiv nicht vegan sind, sagen, das sind ja nur Tiere, die dürfen wir als Objekte benutzen. Also als Tiere können wir jetzt gerade unterkategorisieren. Wir reden hier von alle Wassertiere. Wir reden hier von Säugetiere etc. Oh Gott, sie kommen über die Insekten, oder? Sie werden über die Insekten kommen, oder? Oh, f***. Sie kommen über die Insekten. Oh no. Was man auch alles kennt, ob es Kühe oder whatever, ne? Und auch Insekten, also das ist jetzt einfach alles, diese dürfen wir einfach nicht böse behandeln, ne? Alle Tiere, die ein Bewusstsein haben oder fühlen und leiden können, Schwämme und Austern, das sind halt so Fragen, das sind eigentlich auch Tiere, so wie Avocados, glaube ich, als Obst gelten. Okay, das ist ja auch zu einigen. Genau, aber die Frage ist halt, können Austern und oder Schwämme tatsächlich fühlen und leiden? Also konkret sprechen wir heute um leidensfähige Individuen, Personen. Genau, das heißt, du würdest sagen, also eigentlich würdest du sagen, Red und ich, wir sind Speziesisten. Muss nicht unbedingt sein, wenn ihr bis jetzt noch nicht... Also wir essen Fleisch, wir sind nicht vegan. Nicht jeder, der nicht vegan ist, ist automatisch ein Speziesist oder automatisch in meinen Augen ein Mörder. Erst ab einem gewissen Punkt von Realisation, was dahinter steckt, wenn du dich nicht vegan ernährst, wenn du nicht vegane Sachen tust, übst du aktiv mit diesem Gedankengut von Ja, ist mir egal, ich bin ein Mensch, das sind ja nur Tiere. Das machen wir schon alle Jahre. Genau, aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass jemand, der noch nicht mit der Ethik von diesem Thema konfrontiert wurde, automatisch ein schlechterer Mensch ist, obwohl er nicht vegan lebt. Genauso wie ein Kind, das noch nie damit konfrontiert wurde oder keine Möglichkeit hat, sich aktiv zu entscheiden. Ihr seid im Endeffekt noch naive Kinder, die, ich hoffe es zumindest, so gehe ich in dieses Gespräch an, noch nicht viel Ahnung davon haben, was passiert. Also ich muss sagen, wir haben uns eine Videos safe reingeguckt, haben die mal so ein bisschen analysiert, mal unter die Lupe genommen und wir haben trotzdem nichts, also wir haben was gelernt, aber wir haben das nicht umgesetzt, dass wir jetzt vegan sind. Das heißt, eigentlich sind wir schon Speziesisten. Das kann gut sein. Ich gehe wie gesagt unvoreingenommen rein und ich hoffe halt, dass ihr keine Monster für die Tiere seid. Wenn du aber sagst, wir haben das gesehen, wir haben das gelernt. Wir essen Fleisch, also wir gehen zu McDonalds und essen Fleisch, bewusst. Ja, ich glaube dir tatsächlich nicht, dass du es bewusst machst. Es ist bewusst. Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber es ist bewusst. Ich weiß, dass da Tiere sterben. Ganz vorsichtig, bewusst ist halt tatsächlich, dass dir bewusst ist, wirklich was du damit anrichtest und dass du mit deinem Namen dahinter stellst. Ich will mir einfach nicht vorstellen, dass du wirklich so ein böser Mensch wärst, am Schlachthof stehst, während dieses fühlende Individuum, das genauso fühlen kann wie dein Hund, ein Messer in die Kehle gestochen bekommt und du sagst, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Das ist, wenn du sagst bewusst, das ist bewusst. Ich glaube, du blendest viel davon aus, was wirklich dahinter steckt und deswegen ist es hoffentlich noch nicht bewusst. Wenn du sagst, du weißt, du hast es gesehen, du hast es selbst schon gemacht und es ist dir trotzdem. Nö, egal, dann ist es bewusst. Ich sage ehrlich, ich weiß, wenn ich diesen Burger jetzt esse, stimmt ein Tier. Ich weiß, es ist bewusst. Auch wenn es schon passiert ist, ist es bewusst. Dann ist das tatsächlich sehr schrecklich. Also sind wir Speziesisten. Wenn du das Gleiche nicht auch bei Menschen machen würdest, Menschenfleisch von Menschen nehmen, die genauso behandelt wurden wie diese Kuh für deinen Burger, dann bist du ein Speziesist, wenn du sagst, ja, ist mir egal, ob das jetzt vom Menschen, vom Tier, von Frauen, von Schwarzen, von Asiaten, von Hunden kommt. Ja. Also Hunde und Katze natürlich mit einbeschlossen. Dann bist du ein, kein Speziesist, aber einfach nur ein grausamer Gewalttäter. Würdest du sagen, okay, warte mal kurz, eine andere Frage. Würdest du sagen, du bist ein Speziesist? Nein, natürlich nicht. Definitiv nicht. Also definitiv nicht. Oh Gott, sie kommen über Insekten. Oh nein. Warum fühle ich, dass sie über Insekten kommen? Nein. Also du würdest sagen, du bist kein Speziesist, aber er an sich, jetzt nach aktuellem Stand schon. Ich kann ja nochmal konkretisieren, also ich sehe das zum Beispiel so, ich bin da schon relativ konservativ, ich sehe das so. Die legen sich das sogar so ein bisschen zurecht, die legen sich sogar so ein bisschen das zurecht, so von wegen, sie fahren das an, also sie fahren so, hey, lass uns nochmal die Definition klären, dann bringen sie diese Insekten-Sache mit rein, das wurde gerade schon ein bisschen erwähnt. Der Mensch ist schon an der Spitze von den ganzen Lebewesen. Ja. Danach, also ich habe das schon so mäßig, also konservativ, ich habe mir das da selber nicht ausgedacht, so. Und danach, wie gesagt, es gibt die Tiere, Kühe, was auch immer, Pferde, whatever. Und dann gibt es nochmal die Wassertiere, die haben nochmal ihren eigenen, die werden quasi nochmal, Tractus Mind, ist auch noch ein bisschen anders, und dann gibt es dann noch die Insekten und dann gibt es auch nochmal die Pflanzen, so ich betrachte das alles sehr unterschiedlich. Also, darauf gehe ich ganz kurz ein, aber dann möchte ich, wie bist du hierher gekommen? Nee, ganz kurz, bevor wir jetzt über Autos sind schlecht für die Umwelt diskutieren und dass dabei Insekten gestorben sind. Nein, 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 wie bist du hierher gekommen? Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, weil, oh Gott, sie riecht es schon, oh, sie riecht es schon, ja, ja, sie kann es schon spüren, dass in welche Richtung das geht, ich kann es auch merken, in welche Richtung das geht. Wenn ich das nicht so unkommentiert stehen lassen möchte, auch wenn ich das vorher schon kurz beantwortet habe, und dann muss ich das hier ein bisschen anders strukturieren. Weil du uns an irgendeine von dir ausgedachte Spitze stellst, ist das natürlich keine Rechtfertigung, um die daruntergelegenen Tiere, die schwächer sind, die dir unterlegen sind, auszubeuten, ins Schlachthaus zu schicken, von den Familien zu trennen. Habe ich aber nicht gesagt, das hast du nicht vergessen. Habe ich nicht gesagt. Aber tatsächlich, sagst du im Moment, du siehst das Konservative, weil die konservative Ansicht ist halt, der Mensch steht an der Spitze und deswegen dürfen wir uns alle anderen Tiere untertan machen. Habe ich nicht gesagt, habe ich auch immer nicht gesagt. Möchte ich dir auch nichts so in den Mund legen, aber was du gesagt hast, ist halt, du siehst das Konservativ und die konservative Ansicht begründet halt daraus, dass wir technologisch überlegen sind, die Rechtfertigung dafür und das sollte es nicht sein, das sollte eine Verantwortung sein, wenn du sagst, ich bin stärker, ich bin besser, wenn du das behaupten möchtest, liegt das in deiner Werte Einschätzung, aber es kann keine Rechtfertigung sein, deswegen die Schwächeren zu unterdrücken. Ich bin, guck mal, ich bin natürlich dennoch gegen Massentierhaltung, ich bin dennoch gegen diese Massen, na, wie nennt man das, wenn man die Kinder kralt hat. Das ist ein bisschen konfus gerade, wir müssen das ein bisschen anders aufbauen, aber deine Frage noch und dann muss ich eine Frage mal stellen. Ja klar, du kannst auch deine Fragen stellen, aber jetzt muss man offen und ehrlich sein, jeder darf halt das sagen, was er denkt. Sag ich auch gar nicht, aber eine Debatte funktioniert halt nicht so. Nimmt, es ist, jeder sagt halt das, was er denkt, wir können einen selber abarbeiten. Nein, in einer Debatte hast du eine Frage und da hast du zwei Perspektiven und meine Perspektive ist klipp und klar, nicht vegan sein ist nicht okay, mit dem Auto, mit dem Zug, warum? Mit dem Zug? Ja. Wusstest du? Du weißt jetzt, was kommt. Oh Gott, wusstest du das? Insekten? Ja, das ist, wenn du mit dem Zug hier rüber fährst. Da haben ganz viele Insekten, da haben ganz viele Insekten, da sind eine Million voll Insekten sterben. Es gibt eine Studie, Leute, da hat man herausgefunden, dass Insekten auch ein Nervensystem haben und die spüren Schmerz. Ja, das heißt, du... Ja, jetzt kommen wir in so einen Absolutismus, also Speziismus, Rastismus und so ein Scheiß. Jetzt kommen wir in so einen, jetzt kommen wir in die Debatte, du kannst gar kein Tierschützer sein, du hast schon mal eine Fliege getötet. Ach, come on, bro. Wow. Das ist so... Das ist so nichts... Ah, das ist... Bist hierher gefahren, mit dem Zug, bewusst wusstest du, dass tausende von Insekten sterben, weil Insekten sind auch Tierschützer. Ich, wenn ich bei Burger King meine, ich gehe, sagen wir mal, viermal im Jahr zu Burger King, okay, dann steppe eine Kuh. Du bist heute mit dem Weg hierher... Ja, das ist, also das ist vorbereitet, natürlich ist es vorbereitet, aber das kann man natürlich auch verargumentieren. Das kann man natürlich verargumentieren. Verargumentieren kann man das, weil man sagt, okay, das stimmt tatsächlich, aber wir können nicht alles machen. Ich würde mich gerne... Also man kann sich noch nicht von einer Geleeartigen, aus der Luft erschaffenen Substanz ernähren, wie in einem Sci-Fi-Video. Irgendwie könnte man ja dann auch sagen, ja, aber Pflanzen können ja auch kaputt gehen und Pflanzen und so weiter und so fort. Pflanzen verteidigen sich auch und das ist ja auch irgendwo... Weißt du... Ah, das ist schwierig, Digga. Es sind tausende von Insekten umgekommen. Es ist eine Studie, die offiziell ist. Man weiß, dass Insekten auch Schmerzen verspüren. Das heißt, wenn du ihnen ein Bein rausziehst, wenn du mit dem Auto herkommst, sterben tausende Insekten und das auf der Windschutzscheibe und sonst wo. Tut dir das nicht weh? Du bist die böse Veganerin, die Züge fährt und deswegen sterben da Insekten. Das sind mehrere logische Fehlschlüsse, die du gemacht hast. Als allererstes ist das mit den Studien, wo du gesagt hast, wir wissen ganz sicher, dass Insekten da ein Bewusstsein haben und Schmerzen genauso empfinden können. Das ist tatsächlich nicht klar, dass es, ob die ein Bewusstsein haben, immer noch ein bisschen in der Schlebe... Du hast eben gerade gesagt, Schmerzen spüren. Du hast gerade gesagt, wir können das Revue passieren lassen. Okay, können wir machen. Sie hat gesagt, solange sie keine Schmerzen spüren... Ich habe gesagt, Schmerz. Schau mal. Wir wissen tatsächlich noch nicht genau, ob die ein bewusstes Empfinden vom Schmerz haben, so wie wir Schmerz verstehen. Es gibt eine Theorie, die öffentlich ist. Das ist schwarz auf weiß. Ja. Oh Gott, Leon. 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 Ja. Ich habe übrigens schneller gestellt. Deswegen ist das so. Ich habe auf 1,25, weil dann kommen wir schneller hier durch. Ganz ehrlich. Selbst wenn das so wäre, machst du hier gerade noch zwei Fehlschlüsse. Erstens einen Zug-Wokfer-Fehlschluss, dass du sagst, du bist heute mit dem Zug gefahren, deswegen darf ich jetzt dieser Kuh in den Kopf schießen. Ja? Selbst wenn ich hier in einem Kleid aus Fleisch säße, für das 20 Kühen in den Kopf geschossen werden und 40.000 Insekten dafür maltratiert wurden, wäre das für dich keine Rechtfertigung, jetzt nicht vegan zu sein. Das stimmt. Aber gibt es jetzt gar nicht, dass das jetzt falsch ist? Das war der erste logische Fehlschluss. Okay, okay. Lass mich mal rein. Ob die wirklich leidensfähig sind, das ist sowieso die Basis von dem Ganzen. Und ein weiteres ist, das, was du gerade sagst, ist unabhängig vom Veganismus eine ganz andere philosophische Debatte. Und die steht unter der Frage, wie viel Leid darf ich überhaupt verursachen? Wie viel kann ich utilitaristisch rechtfertigen? Was du halt gerade machst, und dieser Fehlschluss ist ein Suicide Fallacy. Wenn wir deiner Logik folgen, müsste ich mich jetzt hier und jetzt in den Kopf schießen. Ja, musste ich umbringen. Damit ich nie wieder irgendeinem fühlenden oder vielleicht fühlenden Insekt, lass mich ausreden, weh tue. Ja, stimmt. Du müsstest dich umbringen. Wenn ich dieser Logik folge. Wenn ich das jetzt tatsächlich mache oder mich hierher gekommen wäre oder mich jetzt umbringe, bin ich für die Tiere nicht da. Also sagst Insekten sind ausgeschlossen. Nein, habe ich nicht gesagt. Eine tote vegane Aktivistin ist keine gute vegane Aktivistin. Ich könnte jetzt gerade mit diesem Video nicht eine Million Menschen oder sonst was erreichen, um sie davon zu überzeugen, dass das nicht in Ordnung wäre. Insekten sind nicht ausgeschlossen. Ich finde auch, wenn du die Möglichkeit hast, nicht auf ein Insekt zu treten oder auf ein Insekt zu treten, solltest du in dem Moment entscheiden, es nicht zu tun. Aber wenn du wirklich dieser Logik von ihm gerade folgen möchtest, dann besteht die einzige Möglichkeit darin, dich umzubringen. Also das ist eine sehr... Das ist eine doppelere Moral, was du bringst. Wieso? Weil du sagst... Du kannst nicht auf die Straße spazieren gehen, weil du vielleicht auf ein Insekt trittst. Das ist genau die gleiche Logik, die du an den Tag legst. Nein, siehst du zum Beispiel. Ja. Ich gehe zum Burger King. Es. Ich sag dir ehrlich. Ja. Leon. Leon. Das... Also natürlich... Also das ist eine... Das ist... Also du kannst das Argument natürlich nicht entkräften, wenn derjenige, der dir das vorsetzt, nicht versteht, dass das in diesem Zusammenhang nicht funktionieren kann. Das hatten wir auch gestern tatsächlich schon oder vorgestern bei Klaus Grillt, als er gesagt hat, ich kann mit Veganern nichts anfangen, denn am Ende des Tages machen die auch Insekten tot. Ja. Aber... Und das Aber ist hier eine gewisse... Ist hier wirklich etwas Wichtiges. Du kannst den unvermeidbaren Unleidprozess oder wenn du kein Leid vollziehen möchtest, musst du dich umbringen. Das ist... Das ist halt nicht Erwartung. Das kann nicht die Erwartung sein. So... Du kannst auch nicht... Das ist nicht zu verargumentieren. Das funktioniert nicht. Weil das bedeutet, dass du nie etwas ändern kannst. Das ist auch so eine absolute Haltung. Das würde man ja dann sagen und meinen, du bist gar nicht für... Du bist gar nicht für die Schutz von Tieren, weil du dich nicht für alle Tiere einsetzt und deswegen bist du ganz... Ist es nicht... Ist es nicht wert, was du tust. Es ist dann... Das ist... Solche absurden Argumentationen sind... Ja, aber ich esse Kühe, weil die Kühe dem Grasleid zugeführt haben. So... Come on, Bro. Wild. Also das ist... Das ist offensichtlich etwas, das man nicht durchziehen kann. Du kannst nicht... Deine Existenz... Deine Existenz kann nicht so definiert sein und so leidvermeidend sein, wie die Argumentation jetzt versucht, jemanden hier einen Strick zu drehen. Also es geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht. Eine Kuh im Jahr stirbt wegen mir. Eine Kuh im Jahr... Was ist denn los? Das ist eine Debatte. Eine Kuh im Jahr stirbt wegen mir. Eine Kuh im Jahr stirbt wegen mir. Du... Ja, das ist halt... Du bist jetzt hierher gekommen. Anstatt dass du sagst, Leon und ApoRed, wisst ihr was? Wir machen einen Zoom-Call. Lass uns einen Zoom-Call machen. Ich bleib zu Hause. Die Insekten sind mir zu schade. Ich fahre nicht mit dem Zoom... Das ist ein Argument. Ja, das ist natürlich... Es ist natürlich kein Argument. Also es ist natürlich kein Argument, weil dann kannst du... Das geht natürlich nicht. Ich sag dir ehrlich. Was tut mir mehr weh? Eine Kuh, die stirbt oder tausende Millionen von Insekten, die sterben. Nur weil du hergekommen bist. Bewusst. Es hört sich an. Nur nach meinem Empfinden hast du es so angehört. Nach dem Motto, das ist halt ein Kollateralschall, aber dafür habe ich halt mega viel Reichweite. Und silizeristisch kann man manchmal Rechtfertigungen für sowas bringen. Natürlich auch. Aber wie gesagt, nochmal, nach deiner Logik kann man dann auch nicht mehr über die Straße gehen, wenn man vielleicht auf einen Insekten tritt. Das ist eine Suicide Fallacy. Siehst du das? Er hat da gerade gesagt, du kannst verzichten. Aber das ist unabhängig vom Weg an. Man kann auf alles verzichten. Ich kann mich hier und jetzt umbringen. Ja, das ist jetzt übertrieben. Nein, das ist nicht übertrieben. Nee, aber es geht doch um einen Moral mit der Kuh. Ich ess eine Kuh. Guck mal ganz kurz. Bleib mal kurz. Ich ess eine Kuh. Wir wollen ja ein bisschen sachlich bleiben. Ich ess eine Kuh. Die Argumente, die sie nutzt, sind Vergleiche. Also wir müssen jetzt hier mal kurz... Der Grund, warum ich die Art und... Also die... Oder machen wir es so. Der Inhalt der militanten Veganerin oder der Raffaella ist korrekt. Der Grund, warum ich sie als absolut dämlich erachte, ist, weil sie nicht die rhetorischen Fähigkeiten hat, ihre Standpunkte rüberzubringen und zu verstehen, dass logische Argumente mit emotionaler, mit einer emotionalen Debatte nicht zu logischen Schlüssen führen, sondern zu Trotz und zu kindlicher Ignoranz. Der Grund, warum man das wissen muss, ist, weil du logischerweise ja willst, dass so viele Leute ihre Ernährung umstellen oder das befolgen, was du sagst. Du preachst es ja, wie du kannst. Und wenn du das nicht beachtest, bist du halt ein Trottel. Darum ist sie ein Trottel. Der Grund, warum ApoRed und Ineo Machère gerade Trottel sind, ist, weil sie inhaltlich eine Argumentation an den Tag legen, die ein unlösbares Problem darstellt. Nämlich, du darfst nicht mehr existieren, weil deine Existenz ist schon eine schädliche, ist schon Tierleid. Nämlich gehen, Insekten treten, mit dem Zug fahren, du darfst nicht existieren. Und das legt den Selbstmord nahe. Und das ist so, aus diesem Grund ist das dumm. Ich finde beide Parteien gerade dämlich. Also sie ja schon länger aus unterschiedlichen Gründen und wollte das gerade nochmal verargumentieren. Eine Kuh stört. Was mache ich jetzt? Töte ich lieber. Du kannst auch einen Zoom-Call nicht machen, selbst wenn es von einem Windrad betrieben wird. Weil durch Windräder stirbt vielleicht auch ein Insekt. Dann ist der Strom, den du für den Zoom-Call brauchst. Weißt du, diese Argumentation ist keine schlüssige, zu Ende gedachte Sache. Du kannst das nicht machen. Tausende von Insekten, die fühlen können. Ich würde lieber tausende Insekten töten als eine Kuh. Und ich kann hier ganz genau begründen, warum. Weil ihr Bewusstsein-Tribut deutlich niedriger ist. Du hast gerade gesagt. Du hast vorhin gesagt, wenn die keinen Schmerz spüren. Ich sag dir ehrlich, lieber bringe ich eine Kuh um, als tausend Millionen von Insekten. Also tausend Millionen. Ja, irgendwo gibt es einen Threshold. Ich bin Threshold-Deontologe. Also tausend Millionen von Insekten. Jeder hat mal eine Fliege in der Hand gehabt. Und hat mal eine Fliege ab. Was wir hier gerade besprechen, das ist wirklich die Grenzwerte der Ethik-Frage. Ethik ist eine Wissenschaft. Ethik ist eine Wissenschaft, die versucht solche unglaublich schwierigen Fragen, bis wohin... Das ist Fact. Das ist Fact. Bis wohin darf ich überhaupt Leid durch mein Leben verantworten? Dann darfst du mich mal ausreden lassen. Es ist okay, dass wir das Video veröffentlichen. Natürlich. Nein, du darfst alles veröffentlichen von mir. Schau mal. Was wir hier gerade besprechen, da kommen wir auch an den Rand von meiner Fähigkeit, Ethik überhaupt in Worte zu fassen. Das sind unglaublich schwierige philosophische Fragen. Und... Es geht eigentlich. Wie viel Leid... Also bis jetzt habe ich keine klare Antwort von dir bekommen. Es ist eine Doppelmoral. Es ist keine Doppelmoral. Wie gesagt, nochmal. Threshold-Deontologie bedeutet, dass tatsächlich, was du gerade gesagt hast... Ja, wir haben jetzt hier halt intellektuelle Grenzen. Ich glaube, die... Ohne jetzt frontmäßig ranzugehen. Ich glaube, jetzt kann... Jetzt können die Jungs, weil er auch immer wieder das Gleiche sagt, es nicht verstehen. Die haben sich das Gespräch halt zurechtgelegt. Das ist jetzt nicht mehr flexibel, ne? Die haben sich zusammengesetzt, haben sich hingesetzt, haben gesagt, mit dem Insektenargument kriegen wir sie. Dann sagt sie darauf was. Aber sie haben halt vorher sich hingesetzt und gesagt, mit dem Insektenargument kriegen wir sie. Und jetzt bringen die dasselbe. Das wird jetzt... Wird wahrscheinlich die nächsten... Nächste Stunde wird das wahrscheinlich weiter so laufen. Insekten, das hat nichts mit Speziesismus zu tun. Das ist hier keine Doppelmoral. Wenn das tausend Kühe wären auf diesem Weg, dann wäre das eine ganz andere Frage. Die Insekten tun dir nicht leid, ja? Das glaube ich dir nicht. Weil wenn du wirklich dafür wärst, dass keine Insekten sterben, dass keine Tiere leiden, dann wärst du tatsächlich vegan. Die allermeisten... Die allermeisten Insekten-Spraymittel, die werden auf den Feldern benutzt, um die Tiere... um das Tierfutter herzustellen, die du noch dazu weiterhin zusätzlich noch zu diesem Leid versklaren und ermorden lässt. Das heißt, wenn dir das wirklich so leid tut, dass diese Insekten leiden oder dass überhaupt Tiere sterben, das kommt so mit Bakterien wahrscheinlich, dann müsstest du vegan leben... Ja, oder mit Pflanzen, das ist halt so eine... Die allermeisten von diesen Spritzmitteln und Antibiotika schaden... Nein, die Insekten tun mir leid, dass sie sozusagen so... Dass es ihr sozusagen so egal ist, dass sie lieber eine Kuh bevorzugt... Ja, natürlich. Dass sie sagt, die Kuh rette ich, aber die tausenden Insekten, die Schmerzen verspüren... Guck mal... Nein, die wissen wir eben nicht. Und ich sag's jetzt noch einmal. Die Kuh hat hundertprozentig ein Bewusstsein, das deutlich stark an unserem Rand ist. Die sind definitiv fühlende Individuen, ja. Und Insekten haben, wenn sie überhaupt Schmerzen verspüren, ein deutlich niedrigeres Bewusstsein als eine Kuh. Also du machst einen Unterschied bei Insekten? Ja, habe ich auch vorher schon festgestellt. Nein, du hast gesagt vor Schmerz. Ich weiß gar nicht, was du die ganze Zeit wiederholst. Du hast wirklich Schmerz gesagt. Nein, ja. Die Verspüren Schmerzen... Schmerz und Bewusstsein. Du kannst einen Schmerz auch nur verspüren, wenn du ein genügend hohes Bewusstsein dafür hast. Es ist offiziell, es gibt Theorie. Ja, wir können uns jetzt hier natürlich... Es ist offiziell, es gibt Theorien. Leon, der nicht weiß, was eine Theorie ist. Ich habe übrigens die Theorie, dass Leons Geisteszustand so unterkomplex ist, dass er keinen Schmerz verspüren kann. Das ist eine Theorie. Ich habe es jetzt gesagt. Es ist Fakt. Es ist eine Theorie. Natürlich Studien an den Kopfklassen. Wenn das halt tatsächlich so wäre, dass das tausend Kühe wären, die groß auf der Straße stehen und dann umgenieselt werden, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht gekommen, ja. Aber nachdem das Individuen sind... Keine Individuen sind höchstwahrscheinlich einmal, die ein sehr viel niedrigeres Bewusstsein haben, dann sind wir hier bei der Logical Fallacy von Suicide. Wie viel darf ich überhaupt noch machen, bevor ich mich umbringen? Also Insekten sind raus bei der Spezies. Wir können das später noch mal... Ich würde das mal verstehen jetzt gerade. Schau mal, wenn ich einen Menschen habe, der auf dem kognitiven Bewusstseinsniveau von einer Eintragsfliege ist beispielsweise, dann sollten wir auf seine Leidensfähigkeit eben und auf die von dem Insekt genauso Acht geben oder eben nicht Acht geben. Weil wenn der nichts spürt, wenn der an einer Komamaschine ist und nie wieder aufwachen wird und auch keine Freundin und Familie haben, die unter seinem Ableben leiden, dann würde ich den genauso im Endeffekt behandeln praktisch und sagen, hey, wenn der eh nichts mitkriegt, dann brauchen wir ihn auch nicht am Leben halten beispielsweise. Also hypothetisch, wenn ich jetzt einfach eine Vogelspinne ein Bein abreiße, das ist ein Insekt, oder wie? Nein, dann würde ich sagen, hey, wieso machst du das aktiv? Direkt einfach nur für deinen Spaß in dem Fall. Ja, das machst du doch jeden Tag, indem du hier mit dem Zug herfährst. Schau mal, das sind diese Fragen, wie viel Spaß darf ich überhaupt haben, wenn einfach nur Spaß ist. Aber es triggert dich schon. Es triggert mich, weil du nicht einmal erkennst, wie schwierig diese Fragen in der Philosophie sind. Also das sind unglaublich tiefgründige Fragen und ich bemühe mich wirklich, die möglichst gut für dich zu beantworten und du scheinst das überhaupt nicht zu respektieren, wie komplex dieses Thema ist. Ja, ich verstehe das erste Video nicht. Sie haben ein erstes Video gemacht, wo die richtig gut miteinander zurechtgekommen sind. Warum haben die da ihre Show nicht abgezogen? Weil das erste Video war eigentlich ziemlich nice vom Umgang her. Da haben die einfach nur zugehört und mal gesagt, hey, so und so sieht es aus, aber hier... Das ist noch ein bisschen ungeklemmt. Genau, wir können das später drauf und zu. Eine andere Frage. Wenn ein... Willst du dir ein Beispiel mit den Löwen sagen? Mit den Löwen und den Menschen? Also das ist ja auch eine Sache, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Du weißt ja selbst, wilde Tiere und Löwe zum Beispiel. Das ist ja vorhin ein Instinkt, ein Tier zu jagen, ne? Ähm... Klar, ich sage jetzt nicht, wir sind die Löwen. Darauf will ich gar nicht hinaus, ne? Und dann nach dem Motto, wir sind auch Löwen und ich jag jetzt aber irgendwelche Leute. Ihr seid Löwe. Meine Fans sind Löwen. Klar, das sage ich jetzt nicht, ne? Ähm... Aber... Meinst du nicht, dass es irgendwie auch in den Instinkten der Menschen ist, auch vielleicht Tiere, Fische, sonst was zu essen? Ja. Kann gut sein, aber ein Instinkt kann ja keine Rechtfertigung dafür sein, wenn wir ein Gewissen haben und eine Moral haben, uns darüber hinwegzusetzen, das zu tun. Ich glaube, wir haben auch aggressive Instinkte, aggressive Tendenzen. Das sieht man ja auch in vielen Extremsportarten, dass wir uns gegenseitig mal gerne den Kopf einschlagen, obwohl das eigentlich nicht viel Sinn macht, nicht sonderlich gesund ist und so weiter und so fort. Ähm... Das Problem ist halt so, wenn es ein Opfer gibt, weil wenn ihr euch gegenseitig konsensuell die Köpfe einschlagt, ist das eine Sache. Aber wenn du einfach sagst, aus Instinkt will ich dir jetzt einfach so in die Fresse geben und mein Instinkt rechtfertigt, dass ich dann deinen Körper esse, obwohl ich genauso... Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht behauptet, das sage ich einfach nur. Ähm... Instinkt kann ja keine Rechtfertigung dafür sein, wenn wir die Moral haben, uns darüber hinwegzusetzen. Aber ich bin absolut... Klar, natürlich gibt es Tiere, die haben einen Instinkt, das tun wir vielleicht auch. Du sagst, die Menschen sollte man aufhalten, jetzt Tiere zu schlachten, etc. Ja. Okay. Ähm... Bin ich ja auch teils dafür, dass man sie nicht auf jeden Fall schlecht behandelt, so definitiv. Aber jetzt die Tiere soll man komplett in Ruhr lassen. Nein. Da sagt man einfach gar nicht einmischen. Nein, das sage ich nicht. Also das Thema, das ist wiederum eine extrem schwierige Frage, ähm... nennt sich Wild Animal Suffering, also das Leiden der wilden Tiere. Wir wissen ja, dass die Tiere im Urwald beispielsweise, das ist nicht einfach nur so, ach, schöner Wald, friedlich, friedlich. Da gibt's Vögel, die reißen Insekten in halbe Stücke. Ein Löwe, der beißende Gazelle halbert auf und die leidet tagelang, bis sie verreckt. Das nennt sich das Leiden der wilden Tiere. Und das ist eine philosophische Frage, so dürfen wir eingreifen? Sollten wir eingreifen? Was ist mit überhaupt den Raubtieren, die nichts anderes essen können, theoretisch? Es gibt tatsächlich schon Ansätze, weil es gibt ja dieses Kunstfleisch noch, und man kann ja Hunde und Katzen rein pflanzlich ernähren, mit veganem Futter vorausgesetzt, die kriegen alle Nährstoffe, dass man den Reservaten dafür sorgen kann... In Katzen? Katzen? Entschuldigung? Nee. Katzen kannst du leider nicht rein pflanzlich ernähren. Also ich wünschte, Katzen könntest du rein pflanzlich ernähren, Katzen kannst du allerdings nicht rein pflanzlich ernähren. Hunde kannst du, ich glaube Hunde kannst du easy rein pflanzlich ernähren, aber Katzen kannst du es nicht. ... kontrollierten Rahmen, dass die Raubtiere sich... Also meines Wissens zumindest nicht. ...mehr weiter fortpflanzen, um weiterhin Schaden... Aber Hunde geht easy. Ich finde das hier komplett Quatsch, so künstlich, so Krampf. Krampf haben wir überall hier künstlich, ja, alles was du anhast, ist künstlich. Nur weil es künstlich ist, ist es nicht schlecht oder unmoralisch. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, dass ein Löwe jetzt den Leon hier nicht in zwei Stücke reißt, sondern wir dem Löwen stattdessen Kunstfleisch geben, der Löwe happy ist, der Leon happy ist... Also Kunstfleisch, okay, wenn das Kunstfleisch-Argument ein Fleisch... Also, okay, wenn es Reagenzglas-Fleisch ist, dann kannst du Katzen auch pflanzlich ernähren, ja. Also, oder... Tierleidlos, erlöhren? In der rechtlichen Natur. Der Löwe soll den Leon essen? Nein, nicht Leon. Aber warum dann die Gazelle? Wo ist der Unterschied zwischen Leon und der Gazelle? Also, warum soll der Löwe überhaupt den Löwen essen? Wie ernähst du deine Hunde? Äh, mit Fleisch. Natürlich. Lol. Warum kann der Löwe... Ja, warum ist der Löwe... Der Löwe ist ein anderes Tier, genau. Warum kann der nicht vegan leben? Naja, der Löwe hat nicht so wie du, oder wie du... Jeder hat die Möglichkeit... Kein Verstand. Der Mensch hat einen Verstand und deswegen sage ich auch, ist der Mensch so und der Löwe hier. Okay, kann gut sein, ja. Genau, warum ist der Mensch nicht so schlau, der Mensch ist nicht so schlau, dass er sagt, wisst ihr was? Komm, wir machen mal eine Formel oder wir überlegen uns mal was, wie die das schaffen können, dass die Tiere... Hast du doch gerade gesagt? Hab ich doch gerade erklärt. Hast du doch gerade gesagt? Genau, dankeschön. Wo ich da gesagt habe, dass das für mich völliger Quatsch ist. Also das ist tatsächlich etwas... Schau mal, das ist tatsächlich etwas, worauf man sich mit veganern, Aktivisten am Abend gerne mal bei einem Glas Wein oder ich trinke kein Alkohol, nicht Wein unterhält. Das sind philosophische Debatten, die sehr, sehr tief gehen. Genauso wie die Debatte mit den Insekten. So wie viel Leid darf ich überhaupt verursachen? Eine rein pflanzliche Ernährung verkürzt die Haltbarkeit ihrer Katze signifikant. Haltbarkeit? Kann ich es rechtfertigen, zur Aktivismusaktion zu spazieren, wenn ich da vielleicht auf einen Marienkäfer trete? Weiß, das sind Fragen, die unglaublich tiefgründig, die unglaublich schwer zu beantworten sind. Und das ist eben etwas, was die Forschung der Ethik versucht zu beantworten. Aber, sorry, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen... Darf ich so eine dumme Frage stellen, Willi? Guck mal, es gibt ja Menschen heutzutage, die identifizieren sich nicht als, keine Ahnung, männlich oder weiblich, die sagen jetzt als Beispiel, ich bin jetzt ein Löwe oder ich bin ein Volk. Was sagst du den Leuten, wenn die sagen, ich habe Bock, ein Tier zu jagen? Das ist eine dumme Frage. Selbst wenn das so wäre, dass du dich jetzt als Löwe identifizierst, bist du ja immer noch in der Lage mit deinem... Ich verstehe das Thema gerade nicht, aber ich lasse es einfach vorbeilaufen, weil es schnell geht. ...ursprünglich als menschlich titulierten Körper... Aber er identifiziert sich ja nicht. Genau, aber wenn du dein Gewissen immer noch hast, selbst wenn du dich nicht als solches identifizierst, bist du ja nicht plötzlich gewissenslos, bist du ja plötzlich nur ein instinktgetriebenes Wesen, das unabhängig der Gesetze oder auch unserer Moral und der Ethik funktioniert. Du kannst dich gerne als Löwe oder als Hase oder sonst was definieren. Aber es kann ja keine Rechtfertigung sein, nur weil du sagst, ich bin jetzt ein Hase, ich ziehe mir gerne Furry-Kostüme an und gehe auf solche Conventions, jetzt danach zu handeln, weil du immer noch ein Gewissen und Verantwortung gegenüber den Schwächeren hast. Okay, okay. Also, wie gesagt, so wie ich das jetzt raus verstanden habe, bei Insekten ist es noch ein bisschen unklar mit Speziesismus oder so? Nein, mit Speziesismus nicht. Das kommt halt einfach auf... Man muss sie so behandeln, wie ihr Bewusstsein und ihre kognitiven Fähigkeiten und sie dementsprechend berücksichtigen, auch auf Basis von ihrer anderen Eigenschaften. Aber du würdest auch nicht zum Beispiel sagen, Autofahren ist generell unethisch, weil vielleicht tötest du dabei mal einen Menschen, den du überfährst. Das kommt immer darauf an, okay, wenn du jetzt zum Supermarkt fährst und da tötest du 20 Menschen auf dem Weg zum Supermarkt, einmal einkaufen, dann würdest du sagen, okay, du bestellst dir Essen. Wenn du aber in 40 Jahren zum Supermarkt mahlen vielleicht einmal einen Menschen leicht anfährst, dann ist das eine ganz andere Frage der Ethik. Und das ist, wie gesagt, unglaublich komplex und da kann man ganz viele solche hypothetische Szenarien machen. Okay, was ist, wenn das 40 Menschen wie Hitler sind? Musst du dann jeden Tag zum Supermarkt fahren, um ihn jedes Mal umzumieten? Oder was ist, wenn das 40 Menschen sind, die kaum ein Bewusstsein mehr haben, die an der Maschine hängen und so weiter und so fort? Ist es dann gerechtfertigt, wenn du vielleicht einmal im Jahr einen solchen Menschen umbringst? Und das sind einfach unglaublich komplex und genau das kannst du dann auf die Insekten übertragen. Guck mal, ich sag dir meinen Grundsatz, dann kannst du sagen, ob das Quatsch ist oder nicht, ne? Warum erobachtet uns? Er kennen wir die ganze Zeit. Wer bist du denn jetzt? Tim. Mein Grundsatz, guck mal, mein Grundsatz ist... Sie brauchen dich doch nicht alleine. Warum, aber warum beobachtest du uns die ganze Zeit? Brudi, ich dachte... Hast du auch was dazu zu sagen? Oh nein. Oh nein, jetzt wird das so unangenehm. Jetzt kommt dieser, jetzt kommt der dritte, der vierte im Bund dazu. Sie hat Hitler überfahren, ich weiß nicht. Speziesismus. Jawohl, ich bin der richtige Speziesismus. Du hast die Beweise hier, das Speziesismus. Mit wissenschaftlichen Fakten. Danke, da ist... Oh Gott. Das ist der Mann, der mit wissenschaftlichen Fakten bewiesen hat, dass Allah existiert. Übrigens. Ich habe kurz mal bei Issam reingeguckt, der hat ein Video, wo er sagt, wissenschaftliche Beweise, dass Allah existiert. Okay. Der Professor höchstpersönlich. Willst du dich sonst dazusetzen? Ja gerne. Komm rein in die Runde, süßer. Ja. Hallo. Wie geht's? Gut. Wir sind im engen Austausch. Kannst du ein bisschen wiederholen? Ein bisschen. Das ist richtig. Schau mal. Wenn man Hunde vegan ernährt, kann es eine Strafe um bis zu 23.000 Euro mit sich ziehen. Ja, das ist natürlich das Schwachste, was du sagst. Erismus ist eine Lebensweise, die danach strebt. Wie praktikabel und möglich sämtliche Formen von Ausbeutung und Grausamkeit an leidensfähigen Tieren für Kleidung, Essen und andere Zwecke zu vermeiden. Das leidensfähig ist das aus meinem Video, gell? Das leidensfähig ist in Klammer, das ist nicht die ursprüngliche Definition, aber es macht nur Sinn, es danach zu beschreiben. Wie gesagt, das hatten wir eigentlich alles gerade schon. Wir können uns jetzt gerne die Köpfe einschlagen. Selbst wenn sie leidensfähig wären, würde sich mein Punkt nicht ändern. Genau das, was ich dir gerade mit dem Supermarkt. Ich hoffe, du hast es verstanden. Ich glaube, Leon checkt es nicht ganz. Vielleicht könnt ihr das danach nochmal besprechen. Es ist eine unglaublich komplexe Frage. Ich check es schon. Ich glaube, du hast es nicht gecheckt. Wenn wir tierische Produkte gesundheitlich nicht brauchen, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das ist eine Sache, warum. Ich war selber eine Zeit lang vegan, eine ordentliche Zeit. Und wahrscheinlich sogar länger als du. Und das Ding ist, ich habe aufgehört, weil ich habe gemerkt, ich habe 6 Monate war er vegan. Mängel gehabt. B12, Eisen, whatever. Also es ist einfach faktisch nachgewiesen, dass du wirklich, wenn du dich komplett vegan ernährst, dass du einfach Defizite hast. Nein, das ist faktisch nicht nachgewiesen. Das ist komplett falsch. Du willst also gerade wirklich sagen, wenn man vegan lebt, hat man immer Mängel nach gewissen Jahren. Ist das deine Aussage? Das ist doch schon längst bewiesen. Nein, das ist überhaupt nicht gewesen. Das sind die größten Ernährungsfachgesellschaften der Welt, sagen klipp und klar, dass man durch eine rein pflanzliche Ernährung unter Supplementierung kommt. Ja, unter Supplementierung. Natürlich musst du Vitamin B12 zu supplementieren. Ich sage doch nicht, dass du es ist. Aber Vitamin B12 das Einzige ist, was du supplementieren musst. Aber Vitamin B12 das Einzige ist, was du supplementieren musst. Aber Vitamin B12 das Einzige ist, was du supplementieren musst. Eisen musst du nicht mal. Ich sage eine Sache, weswegen ich vegan manchmal so Quatsch finde. Wir leben ja klar im Jahre 2022, aber vor 1.000 Jahren, du kommst mit Supplementierung, seid ihr auch vor 1.000 Jahren? Junge, wir sind nicht vor 1.000 Jahren. Ich weiß. Aber du machst alles abhängig von der Zeit. Ja, natürlich mache ich das abhängig von der Zeit. Für mich ist es gerade nur, weil, guck mal, ihr müsst so vorstellen, Supplementierung heißt, weil du halt wirklich durch Veganismus Mängel hast, ne? Nein, du hast auch eine rein pflanzliche Ernährung hier zu lange, denn Vitamin B12 Mangel, ja, weil der da einfach nicht trinkt. Woher kommt denn das Vitamin B12, was du im Moment konsumierst? Was jetzt? Woher kommt das? Durch Spritzen aktuell. Okay, und das findest du dann in Ordnung? Natürlich, ich supplementiere ja auch. Aber was sinnest du daran so schlimm? Also Leute supplementieren aber auch, wenn sie Fleisch essen. Also das ist doch ein Schein, das ist doch ein, das ist doch wieder so ein weirdes Argument. Digger, was soll denn das? Leute. ... vegan zu leben, wenn du dir das Zeug sogar spritzt. Aber eigentlich müssen wir uns doch gar keinen Spritz machen. Nein, jetzt, was findest du daran so schlimm? Guck mal, Guck mal, äh, wie wollen wir das Thema abwechseln? Also du findest es besser, wenn ich jemanden ermorde, um B12 zu bekommen, als wenn ich das einfach supplementiere. Und man muss sich übrigens nicht einmal was spritzen. Nicht, dass hier eine Angst vor Spritzen bekommt und sagt, man muss deswegen nicht vegan leben. Also wir wollen jetzt nicht das Thema switchen. Also es ist einfach ein Fakt, dass du Defizite hast. Es ist kein Fakt, wenn du rein pflanzlich dich ernährst, musst du natürlich Vitamin B12. Guck mal, guck mal, du musst supplementieren. Wir haben vorher schon unterschieden zwischen vegan und pflanzlich. Ja, genau. Dadurch, dass du sagtest, dass du supplementieren musst, direkt, dass du einfach diese Defizite hast. Das eine, Vitamin B12, kriegst du nicht. Guck mal, lass mich noch einmal aussprechen. Guck mal, ich lass mich noch einmal aussprechen. Du musst dich auch einmal aussprechen lassen. Für mich ist es einfach nur so ein, für mich ein Proof, ne, dass es für mich einfach mit der Natur des Menschen vereinbar ist, dass du halt wirklich Fleisch konsumieren solltest. Aber nicht so in den krassen Mengen, wie es heutzutage jeder macht. Ich selber persönlich esse nur Fleisch einmal in der Woche und dann auch nur hochwertiges Fleisch. Woher kriegt diese Kuh ihre Vitamin B12? Diese Kuh kriegt ihre Vitamin B12 durch pflanzliche Geschichten. Höchstwahrscheinlich kriegst du sie supplementiert in ihr Futter. Die allermeisten Fleisch und Milch und Eier, die das Vitamin B12 haben. Es ist nicht dein Fleisch, es ist ihr Körper. Und du isst auch nicht nur Fleisch. Ist ja auch Eier, Milch, Umletz habe ich bei euch in der Früh gesehen. Und so weiter und so fort. Und da habt ihr bestimmt auch nicht drauf geachtet, woher dieses Fleisch kam, was ihr wahrscheinlich in der Früh gegeben habt. Und was? Woher kriegen diese Tiere Vitamin B12? Was kriegen sie supplementiert? Stattdessen können wir es einfach direkt einnehmen, statt jemandem ein Messer in die Kehle zu stecken. Das stimmt, das stimmt. Supplementieren wir Vitamin B12. Schau mal, laut dieser Definition, die du selber in deinem Video gegeben hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder fast alle Menschen in Deutschland sind Veganer. Das ist die erste Möglichkeit, laut dieser Definition. Das ist eine eigene Definition, nicht meine. Entweder alle Menschen in Deutschland sind Veganer oder wir sind alle keine Veganer. Erklär mir das. Das ist der Knechte gerne. Also, Rafaela schreibt, Veganismus ist eine Lebensweise, die danach steht, Wir haben es vorher schon vorgelesen. Soweit wie praktikabel und möglich. Ja. Sämtliche Formen von Ausbeutung und Grausamkeit an leidensfähigen Tieren für Kleidung, Essen und andere Zwecke zu vermeiden. Das heißt, so praktikabel wie möglich. Nein, praktisch durchführbar ist es eigentlich. Ich glaube, ich habe das da auch fast... Jetzt stimmt die ganze Definition nicht mehr. Aber okay, egal. Nein, aber es ist im Endeffekt das Gleiche. Okay, egal. So praktikabel wie möglich. So jetzt frage ich dich. Also der Punkt, man muss ehrlich sagen, Ich weiß, die Veganen mögen gerne nicht dieses Insektenthema. Ich weiß auch, wieso sie dieses Thema nicht mögen, weil dadurch fällt halt dieses ganze Konzept, das man aufgebaut hat, in sich zusammen. Ja, nee. Oh, jetzt kommen die wieder mit ihren Käfern, Digga. Oh, ist das immüdend. Der Punkt ist legitim. Der Punkt ist legitim. Er sagt, praktikabel möglich. War es für dich jetzt nicht praktikabel möglich, mit ihnen einen Zoom-Call zu machen? Okay. Was passiert denn, wenn praktikabel nicht möglich ist, dass bei der Energieerstellung auch Insekten sterben? Dann ist das auch praktikabel nicht möglich. Was ist, wenn man nicht in den Internet-Café gehen kann? Gibt es noch Internet-Cafés? Wo es praktikabel nicht möglich ist, ohne Tierleid hinzukommen? Mein Gott, Leute. Es gibt so viele Möglichkeiten, da argumentativ stark zu sein. Warum denn Insekten, ihr Trottel? Ey, was? Hä? Jetzt kommt das nochmal, oder was? Schau mal. Aber bitte die Frage. Ja, natürlich. Das habe ich vorher schon gesagt. Praktisch und möglich ist eine sehr schwammige Darstellung. Absolut, ja. Es wäre möglich gewesen, einen Zoom-Call zu machen. Du warst in der Anfang der Debatte nicht hier. Ich finde, das ist übrigens mega scheiße, dass ihr mitten in der Debatte irgendwen dazuholt, der dann den Anfang nicht mitgekriegt hat, wo ich genau das schon beantwortet habe. Ich hab alles mitgebracht. Ich hab alles mitgebracht. Dann umso schlimmer für dich. Ja, es ist super unangenehm. Also wirklich mega weird. Ich werde jetzt genauso beantworten wie vorher. Ja, es gibt sowas, das nennt sich Suicide Fallacy. Wenn du deiner Logik folgst, dann... Du musst dich nicht umbringen. Wenn du dieser Logik folgst, dann fängst du an, philosophieren zu müssen. Darf ich jetzt auf die Straße gehen? Nein. Doch, darf ich einatmen, weil vielleicht eine Mücke reinflickt? Das ist ja auch ein Insekt. Doch, das ist genau das, worauf es hinauskommt, wenn du dieser Logik folgst. Wenn du in Zoom-Call heute das gemacht hättest, das hättest du dich doch nicht selber umbringen müssen. Doch, aber... Aber wenn man dieser Logik folgt, und ich wiederhole es noch einmal, und dann beenden wir diesen Strang, ja? Ich gebe das Argumentative, also die Inhalte, die sie transportiert, kannst du nicht widerlegen, außer du bist ein Trottel. Also, dann fängst du an, Inhalte zu widerlegen. Das, was sie sagt, ist inhaltlich korrekt. Das ist ein Konsens, der auferlegt werden muss. Das, was sie sagt, ist inhaltlich korrekt. Punkt. Es geht nur um den Transport. Der Grund, warum ich sie für einen Trottel halte, und ich wiederhole mich da ganz kurz, ist, dass ihre Art und Weise des Transports, wie sie das macht, nicht förderlich ist, um die Bewegung zu stärken, sondern eher dazu führt, dass man eine Trotz- und eine Ignoranzhaltung einnimmt. Inhaltlich kannst du sie nicht widerlegen. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Dann ist die logische Schlussfolgerung daraus, dass du dich an irgendeinem Punkt umbringen musst, weil du mit allem, was nicht utilitaristisch... Entschuldigung. Weil du mit allem, was nicht direkt irgendwo anders... Weil du mit allem Leid verursachtest. Was ist daran extrem, niemand mein Messer in die Kehle stechen zu wollen? Nein, nein, das ist nicht böse. Was ist daran extrem, die Schwächeren zu beschützen? Sondern du sagst so, dann kann ich sie gar nicht komplett vermeiden. Du siehst so die Worten Gewalt und Ausbeutung. Ja, Gewalt und Ausbeutung sind gerichtet. Gerichtet an ein Individuum. Absichtlich verursacht. Einfach nur für Geschmack, Tradition, Gewohnheit und triviale Gründe im Endeffekt. Sowas wie, ich darf dich jetzt ins Schlachthaus schicken, einfach nur, weil du mir schmeckst. Weil wir es immer schon gemacht haben, weil es meine Gewohnheit ist. Fändest du das in Ordnung, wenn ich das mache? Laut dieser Definition ist das in Ordnung. Laut dieser Definition ist es für mich praktikabel möglich, kein Schlachthaus zu bauen, wo ich dich und deine Familie reinschicke. Es ist für uns nicht praktikabel. Ich weiß nicht, wie die Veggie Burger geschmeckt haben, aber ich sag dir, es ist für mich wirklich nicht praktikabel und wirklich, das würde für viele Zuschauer auch das Leben stark einschränken. Ich würde eher aufs Reichen passen. Ja, bist du überhaupt? Ich? Du kennst dich schon, keine Sorge. Alle wissen, dass du mich kennst. Kennen wir uns wirklich schon? Ich habe Warte gemacht mit deinen drei veganen Freunden, deinen drei veganen Freunden. Ich weiß nicht. Es spielt ja auch keine Rolle, wer wen das kennt, weißt du? Aber ich glaube, das ist anders. Ich bin ihr Support. Ich bin ihr Support. Anders. Ich habe ihm gesagt, der soll das mal bitte vorbeibringen. Und ich habe halt, also das, was ich halt sage, ist, für mich wäre es eher praktikabel und möglich, dass ich sage, okay, ich verzichte mehr auf Reisen, ich verzichte, dass dort Tiere umkommen und dafür esse ich Fleisch. Okay, das heißt, ich darf jetzt den Leon in den Kopf schießen, wenn ich auf Reise verzichte? Nein, Vorsicht. Wieso nicht? Vorsicht. Ich schicke das Extrembeispiel. Um Sachen zu testen, musst du extreme Beispiele bringen. Aber das ist nicht einmal extrem, weil das ist ja genau das, was du mir gesagt hast, was er gerade sagt. Ey, das ist ein Trick von dir. Irgendwie Fazit, einfach mal ganz kurz. Jetzt kommen halt, jetzt wird es halt super wild, ja, jetzt kommen ihre Extremvergleiche mit Mord von Menschen, wer weiß, was jetzt noch gleich dazu kommt, und die inhaltliche Widerlegung von etwas, was nicht inhaltlich widerlegt werden kann, und das wird jetzt gemischt. Also jetzt kommen ihre radikalen Vergleiche mit, aber das ist ein Mensch, den würdest du ja auch nicht essen, okay, mit, gemischt mit, aber du bist mit dem Zug hergefahren, hast Insekten getötet. Digga, oh, 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 oh. Das ist ein sehr guter Trick von Raffaele und ich muss ehrlich sagen, schau mal, Raffaele, ich sag dir ernster, ich find einen Teil deines Aktivismus sogar gut. Bei einigen Teilen stimme ich dir auch vollkommen zu, aber du benutzt hier einen sehr einfachen Trick und manipulierst da meistens jüngere Leute, und zwar, du stellst die grundsätzliche Problematik der Moralfrage, und das hast du auch schon mal genannt, was ist der ethische Unterschied zwischen einem Menschen, einem Tier, einem Insekt? kann ich dir jetzt gerne nennen, habe ich heute schon dreimal in dieser Debatte gemacht, sogar mit der Pflanze gemacht. Bewusstsein? Bewusstsein und Fähigkeit, Niveau, kognitive Bewusstseinsniveau, Fähigkeiten zu empfinden, zu leiden, natürlich, Interessen, Individuen zu sein. Aber das heißt, ich finde das, 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 ich finde das schon ein bisschen frech, dass du dir einfach selbst eine Definition machst und sagst einfach, ja, Hobbys sollen auch noch dazugehören und dann Bewusstsein und Leiden, du machst wirklich deine eigenen Unterkriegung? Nein, das sind ethisch signifikante Merkmale. Das heißt, würdest du sagen, ja, aber was ist mit der Hautfarbe, das ist relevant, das hast du mir einfach gerade wirklich so ausgedacht. Nein, das habe ich nicht. Doch, doch, also, du kannst, guck mal, das ist eine Wissenschaft, das habe ich mir nicht ausgedacht. Aber warum schießt du dann Kühen in den Kopf, wenn du meinst, dass Lebewesen überleben wollen? Also, meine Theorie ganz, also, mein Konzept im Leben ist, ich versuche es, eigentlich genau nach dieser Definition. Nein, tust du nicht. Doch, so weit wie für mich möglich. Und für dich war es nicht möglich. Okay, so weit für mich möglich ist es nicht möglich, jetzt zu verzichten, den Leon in den Kopf zu schießen und seinen Körper zu schießen. Ach, die Frau, die Frau, das ist, sie schafft sich mit dieser Argumentation halt auch keine Sympathien. Alter Schwede, ist das schwierig. Würdest du das akzeptieren? Warum, sie, das ist ja gerade bei dieser Zielgruppe, die sie da gerade hat, auch nicht, also was heißt bei der Zielgruppe, bei den Diskussionspartnern, ne, den sie da hat, kommst du damit auch null weiter. Null weiter. Äh, das funktioniert nicht. Nein, weil der Unterschied zwischen Mensch und Tier... Ja, wo ist der ethisch signifikante Unterschied? Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist neutralisch nicht ermittelbar. Nicht ermittelbar, weil es keinen ethisch signifikanten Unterschied auf der Frage, wen ich zum Schlachthaus schicken darf, gibt. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Leon und einer Kuh, dass ich die Kuh ins Schlachthaus schicken darf? Nein, weil du sagst das jetzt gerade, das ist nicht ermittelbar. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer Kuh und dem Leon, dass ich den Leon nicht in den Schlachthaus schicken darf, aber die Kuh schon? Wo ist der Unterschied? Es gibt, es gibt zwischen Mensch und Tier. Ich wüsste nicht, also schau mal, für mich zählt dein Argument natürlich nicht. Also ich kann nicht sagen, schau mal, dieses Tier, ich muss mich halt aussprechen lassen, aber du bist nur so angefressen. Also für mich reicht die Argumente, dass ich sage, hey, schau mal, der hat nicht so starke Emotionen, der hat nicht so Interessen, hey, den kann ich töten. Genau, kann er auch so sagen. Kann er auch sagen. Schau mal, ich habe hier was sehr Interessantes gemacht, das wissen die meisten Leute nicht, das habe ich alles für dich mitgebracht, aber ich habe nicht so einen guten Drucker. Ein sehr, sehr interessanter Text, wo es um Pflanzen geht. Wie wusstet ihr, dass Pflanzen... Oh Gott, jetzt kommt er wirklich mit Pflanzen. Ach du Scheiße. Haben Gefühle. Nein, dass Pflanzen überleben wollen. Pflanzen wollen am Leben erleben. Alter Schwede. Aufgrund der Abwehrmechanismen von Pflanzen, der kommt wirklich mit Pflanzen. Und sie wehren sich, sie wehren sich in der Umwelt. Wie kannst du wissen, dass sie das wollen, wenn sie kein bewusstes Leidens empfinden, keine Möglichkeit, einen Wunsch zu äußern? Das ist Konsens unter der Wissenschaft. Nein, das ist nicht. Okay, dann gebe ich dir Beispiel und dann kann es jeder Zuschauer selbst beantworten. Also, die Pflanzen, da hat Raphael recht. Sie empfinden keine Schmerzen. Kann mir die Tür vielleicht zumachen, weil es hier voll reinzieht? Ich mache mir aber zu. Also, die Pflanzen, da hat Raphael recht, die spüren keine Schmerzen, das ist der absolute wissenschaftliche Stand. Sie haben kein zentrales Nervensystem, die Hirn, da hat Raphael recht. Gut, das reicht eigentlich. Aber warte, lass mich kurz weiterreden. Aber sie wollen am Leben bleiben. Sie wollen nicht sterben. Und der Beweis ist, dass sie selber Abwehrmechanismen haben. Also, dieser Grundlage entsprechend, dieser Grundlage entsprechend und jetzt haben wir so eine absolute Grundlage, schaffen wir uns diese Argumentation, von der ich vorhin gesprochen habe. Das ist das auch, was wir mit Klaus Grillt im Ansatz gesehen haben, was ja auch nicht schlimm ist, aber um das mal anzusprechen. Du kannst natürlich von niemandem, du kannst natürlich nicht erwarten, etwas zu verändern. Wenn derjenige, der dir Gegenrede gibt, sagt, das zählt nicht, was du machst, weil du veränderst nicht gleichzeitig alles. Und logischerweise würde es niemals Änderungen geben, niemals Veränderungen geben, wenn man immer die in Absoluten spricht. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich will kein Tierleid verursachen, dann auch die Insekten und die Pflanzen mit reinzuziehen. Will ein Apfel gegessen werden, Bruder, das ist so eine absurde Zurechtlegung von Argumenten, die logischerweise nicht eingehalten werden kann. Dass man sie nur führt, weil man weiß, dass das nicht in eine rationale Richtung geht. Das ist ein Abwehrmechanismus des Abwehrmechanismus wegen. Da muss dir wirklich jemand in den Frontallappen gekackt haben, um sowas zu bringen. Denn die Argumentation kann ja nicht funktionieren. Das kann ja nicht funktionieren. Da ist wirklich kognitiv was schief gegangen. Eine Zwiebel, wenn du eine Zwiebel mit nach Hause nimmst, diese Zwiebel lebt noch. Oh Gott, Digga. Also, da hört es halt halt auf. Ja, da hört es halt halt auf. Die Zwiebel lebt noch. Die Zwiebel lebt noch. Ja. Ja, die Zwiebel ist am Leben. Aber die Zwiebel hat kein Schmerzbewusstsein, um sich auszudrücken, sondern hat... Mama, Mama, was schreit hier gerade? Ach, ich schneide Zwiebeln. Ah! Ah! Digga, komm. Ey, komm. Komm. Schaltet den Verstand ein. Schaltet den Verstand ein. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh Gott, ey. Ich... Ey, ich... Wirklich. Das ist eine... Also, mit solchen Leuten willst du auch keine Diskussion führen. Wirklich, das willst du auch nicht. Das ist verschwendete Zeit. Normalerweise ist es jetzt so, und jetzt kann ich es verstehen. Jetzt sollte sie gehen. Also, jetzt sollte sie sagen, hey, okay, ich erkenne, ich komme hier nicht weiter, weil das sind Argumente, die du nicht bringen kannst. Ich danke trotzdem für das Gespräch. Auf Wiedersehen. Musst du gehen. Das ist... Das ist over. Das is over right now. Das ist jetzt schon over, denn er hat die Zwiebel erwähnt. Es ist vorbei. Die Jungs haben sich zu dritt hingesetzt, haben gesagt, sie wollen es über Insekten machen. Der hat sich ein paar Sachen ausgedruckt und jetzt reden die von der Zwiebel. Schön. Jetzt reden die von der Zwiebel. Mein Gott. Deswegen sehe ich auch, dass die Zwiebel dann manchmal so grün rauswächst. Also, die ist vollkommen am Leben. Und wenn du sie dann schneidest, hat sie ein Abwehrmechanismus. Und zwar, dass deine Augen anfangen zu brennen. Das ist ein Mechanismus, den sie entwickelt hat, damit wenn die Mäuse kommen und sie anfangen zu essen, dass es den Mäusen brennt und sie abbrauen. Oder andere Tiere. Das heißt, sie möchte am Leben bleiben. Die Dornen, was sind die Dornen? Die Dornen ist ein Mechanismus, dass sie nicht von anderen Tieren gefressen wird. Das heißt, diese Lebewesen wollen am Leben bleiben. Das ist meine Frage an dich. Wenn diese Tiere, diese Lebewesen. Ja, also stell dir mal vor, stell dir mal vor, wird es diese Debatte mit jemandem führen? Stell dir mal wirklich vor, jemand sagt, boah, Alter, ich mache mir Gedanken gerade so. Ich versuche mal ein bisschen auf Fleischprodukte und tierische Produkte zu verzichten. Fühle ich mich besser mit. Und dann machst du einen Salat, wo Zwiebeln drin sind. Und dann kommt jemand und sagt, nee, du brauchst da gar nicht drauf verzichten, weil du bist ein Mörder. Du hast nämlich gerade eine geschnittene Zwiebel in deinem Salat. Ha, hast du gedacht, dass du was Besseres machen kannst? Du bist trotzdem ein Mörder. Du kannst überhaupt nichts besser machen. Du hast überhaupt nichts erreicht. Du hast eine Zwiebel in deinem Salat. Das muss man sich in der Argumentation mal vorstellen. Das muss man sich in der Schlussfolgerung, du musst dir das mal vorstellen, dass jemand das so verargumentiert. Was? Die Zwiebel? Die Dornen? Come on, come on, bro. Ihr hattet recht. Ich breche es ab. Die Scheiße gebe ich mir nicht. Wir haben eine traurige Historie. Vier von vier Videos mit der militanten Veganerin. Jetzt aber nicht hauptsächlich wegen ihr, sondern wegen den kognitiven, mit den kognitiv unterkomplexen Beilagen abgebrochen. Also das ist wirklich, äh, ei, 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 ei. Ich kann es verstehen. Ich kann jetzt auch viel besser nachvollziehen, warum sie geht. Sie hätte viel früher gehen müssen. Denn dieses Video ist, äh, oder diese Konfrontation ist absolut unsinnig. Absolut unsinnig. Ei, ei, ei. Es tut mir leid. Ich kann die Videos einfach nicht zu Ende gucken. Es tut mir leid. Aber das, das, da müssen wir auch mal sagen, ey, komm. Das, das muss auch ein Ende haben. Das, das muss auch ein Ende haben.